Sei gegrüßt! Ich habe dich schon erwartet. Ich bin Laurenz van der Zwark und möchte dir helfen, dich in der Welt der Eisenbahn zurechtzufinden. Von mir erfährst du alles, was du für den Aufbau eines erfolgreichen Transportunternehmens wissen musst. Möchtest du mit den Transporten von Passagieren Post- und Frachtgeld verdienen, musst du natürlich verstehen, wo der Bedarf für neue Eisenbahnstrecken am größten ist. Das ist beispielsweise dort, wo Güter produziert werden. Sieh dir dazu die Karte an. Bewege die Karte mal in alle Richtungen und ändere die Zoom-Stufe. Und jetzt drehe die Kamera mal in alle Richtungen. Sehr gut! Nun schau dir mal die Gegend um die beiden Städte San Francisco und Sacramento genauer an. Entscheidend für das Transportgeschäft sind Städte und Landbetriebe. Städte erzeugen Fabrikwaren, Post und Reisende. Für diese Güter besteht ein Transportbedarf zu anderen Städten. Die Betriebe auf dem Land erzeugen Grundwaren und Rohstoffe, die ebenfalls von den Städten benötigt werden. Solange keine Eisenbahnlinien existieren, müssen alle Güter auf einfachen Landstraßen transportiert werden. Doch diese Transporte überbrücken keine großen Entfernungen, sind mühsam und langsam. Das Transportvolumen ist daher nicht sehr hoch. Durch die Eisenbahn können die alten Transportwege ersetzt werden. Außerdem können Städte und Betriebe, die bisher zu weit voneinander entfernt waren, miteinander verbunden werden. Die bessere Warenversorgung lässt die Städte wachsen. Auch die Betriebe auf dem Land wachsen, da sie mehr Waren absetzen können. Schau dir mal Sacramento genauer an. Unter dem Namen wird die Größe der Stadt angezeigt. Bewege mal den Fokus auf die Stadt. Dann siehst du, was sie derzeit für den Export an andere Städte produziert. In Sacramento entstehen täglich Reisende, Post- und Exportwaren. Einiges davon ist für San Francisco vorgesehen. San Francisco hat wiederum Güter für Sacramento. Du sollst jetzt eine Bahnverbindung zwischen den beiden Städten errichten, um diese Transporte übernehmen zu können. Errichte zunächst einen Bahnhof in Sacramento. Öffne den Gebäudebau, um ihn auszuwählen und bewege ihn dann auf eine gültige Position innerhalb des Stadtgebietes von Sacramento. Drehe ihn am besten so, dass die Gleise nach San Francisco zeigen. Übrigens lässt sich jeder Bahnhof nach dem Bau mit bis zu zwei Zusatzgebäuden und sieben Gleisen erweitern. Bestimmte Gebäude wie Fabriken können dem Ausbau der Gleise allerdings entgegenstehen. Baue den Bahnhof daher nicht zu nah an diesen Gebäuden. Nun errichte den zweiten Bahnhof in San Francisco. Bewege den Bahnhof auf eine gültige Position innerhalb des Stadtgebiets und drehe ihn am besten so, dass die Gleise nach Südosten zeigen, damit du im nächsten Schritt gut um die Bucht herumkommst. Sehr gut! Und nun errichte eine Gleisverbindung zwischen den beiden Städten. Öffne dazu den Modus Gleisbau und wähle nacheinander bei beiden Bahnhöfen das erste Bahnhofsgleis an. Die Bahnhöfe werden dann verbunden und die gesamte Strecke wird dir als Vorschau angezeigt, die du noch modifizieren kannst. Das Vorschaugleis folgt dem kürzesten Weg. Dieser ist aber nicht immer möglich und oft nicht die günstigste Lösung. Vor allem Tunnel und Brücken können sehr teuer sein. In der Übersicht kannst du sehen, wie sich die Gleisbaukosten zusammensetzen. Um den Verlauf eines vorgeschlagenen Gleises zu verändern, kannst du Gleispunkte einfügen und diese dann verschieben. Setze nun einmal einen solchen Gleispunkt, in dem du das Gleis anwählst. Optimiere nun die Kosten der Strecke mit der Hilfe von Gleispunkten. Achte darauf, dass sich Länge, Steigungen sowie enge Kurven negativ auf die Reisezeit deiner Züge auswirken werden. Bestätige dann den Bau. Sehr gut! Die Strecke wurde gebaut und kann sofort verwendet werden. Nun richte eine Zuglinie ein. Füge nun deine neuen Bahnhöfe der Zuglinie hinzu, indem du sie nacheinander anwählst. Es genügt, wenn die Zuglinie zwei Stationen hat. Nun weise der Zuglinie den Typ der Lokomotive zu, den alle Züge verwenden sollen. Im Moment hast du nur eine Lokomotive zur Auswahl. Nun lege fest, wie viele Züge auf der Zuglinie fahren sollen. Für den Anfang genügt Einzug. Die Anzeige sagt dir, wie viele Züge derzeit aktiv sind und wie viele du angefordert hast. Für jeden Zug musst du die Kosten für die Anschaffung der Lokomotive bezahlen. Bestätige nun diese Kosten. Fantastisch! Die Zuglinie wird nun sofort eingesetzt und ist bald schon unterwegs. Schließe nun den Bearbeiten-Modus, um dir die Zuglinie in Aktion anzusehen. Zoome mal an den Zug heran und beobachte, wie er beladen wird. Der Zug lädt Waren, Passagiere und Post ein, die für die andere Stadt bestimmt sind. Warten wir mal ab, bis der Zug die andere Stadt erreicht. Übrigens kannst du die Spielgeschwindigkeit jederzeit erhöhen. Außerdem läuft das Spiel schneller, wenn du rauszoomst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Musik Musik Der Zug ist angekommen und wird entladen. Die Zahlen, die über dem Zug aufsteigen, sind die Transporterlöse. Dies ist die wichtigste Einnahmequelle für dein Unternehmen. Allerdings erzeugt jeder Zug auch Kosten für Personal und Wartung. Doch dazu später mehr. Beobachte das Ganze ruhig noch ein wenig. Dann endet dieses Tutorial. Hallo! In dieser Lektion möchte ich dir einige zusätzliche Informationen zum Gleisbau geben. Die Grundlagen kennst du ja schon. Doch ich habe noch ein paar wichtige Tipps. Betrachte zunächst den Viehbetrieb mit der Straßenverbindung nach Sacramento. Die Straße sagt uns, dass der Betrieb Güter an die Stadt liefern kann. In diesem Fall Vieh an die Fleischindustrie. Doch der Transport über Straßen ist langsam und begrenzt. Sacramento könnte mehr Fleisch produzieren, wenn die Stadt mehr Vieh erhalten würde. Daher sollst du nun eine Bahnverbindung zwischen dem Viehbetrieb und Sacramento einrichten. Damit ein Landbetrieb einen Bahnhof nutzen kann, muss der Bahnhof in der Nähe errichtet werden. Dies wird dir mit Hilfe einer Linie vom Betrieb zum Bahnhof angezeigt. Sehr gut! Und nun errichte eine Strecke zwischen dem neuen Bahnhof und dem Bahnhof in Sacramento. Nutze in Sacramento aber nicht die beiden ersten Bahnhofsgleise, denn die benötigen wir noch für die Verbindung nach San Francisco. Schön! Doch bevor du die Strecke errichtest, möchte ich dir erläutern, wie du die Höhe eines Gleises beeinflussen kannst. Füge dazu einen Gleispunkt auf der Strecke ein und verändere seine Höhe. Die Bedienung dazu wird dir unten am Bildschirmrand angezeigt, sobald du den Fokus über den Gleispunkt bewegst. Mit der Höhe eines Gleispunkts kannst du Tunnel, Brücken und Steigungen beeinflussen. Optimiere das Gleis nun so, dass keine Tunnel oder Brücken benötigt werden und das Gleis eine Länge von weniger als 250 Kilometern, 160 Meilen hat. Dann bestätige den Gleisbau. Ausgezeichnet! Nun richte eine Zuglinie zwischen dem Viehbetrieb und Sacramento ein. Erstelle dazu eine neue Zuglinie mit den beiden Bahnhöfen, wähle eine Lokomotive und einen Zug und bestätige die Kosten. Das wäre geschafft. Die Zuglinie kann ihren Dienst aufnehmen. Doch angenommen, der Bedarf an Vieh wird so groß, dass ein Zug auf dieser Linie nicht ausreicht. Dann müsstest du einen weiteren Zug einsetzen. Das geht derzeit aber nicht, denn die Strecke bietet keine Ausweichmöglichkeiten für mehrere Züge. Daher sollst du nun ein Ausweichgleis errichten und Fahrtrichtungen festlegen, damit zwischen dem Viehbetrieb und Sacramento mehrere Züge operieren können. Öffne dazu wieder den Gleisbaumodus. Wähle nun das Gleis an der markierten Position an, um eine Weiche einzufügen. Jetzt wird es knifflig. Du sollst das neue Gleis als Parallelgleis an das bestehende anlegen. Parallelgleise sind nämlich viel billiger und bieten dir viele Vorteile. Bewege dazu deinen Cursor auf die markierte Position und achte darauf, dass am Cursor das Symbol für das Parallelgleis erscheint. Dann bestätige die Position. Sehr gut. Nun wird das Gleis als Paralleles Gleis weitergebaut. Wähle nun die letzte Position für dein Ausweichgleis in der Nähe des Viehbetriebs an. Du wirst dann als Vorschau das komplette Gleis mit zwei Weichen sehen. Dann bestätige den Bau und bezahle dieses Gleis. Nun musst du den beiden Parallelgleisen Fahrtrichtungen vorgeben, denn sonst wählen deine Züge immer den kürzesten Weg und nutzen nicht das Ausweichgleis. Öffne nun den Richtungsmodus und wähle beide Gleise mehrfach an, sodass sie unterschiedliche Richtungen bekommen. Sehr gut. Nun können deine Züge auf dem einen Weg hin und auf dem anderen zurückfahren. Zoome doch mal ganz nah an eine der neuen Weichen heran und wirf einen Blick auf die Signale, die durch die Weichen und die Fahrtrichtung automatisch entstanden sind. Diese Signale legen Fahrtrichtungen fest und teilen den Zügen mit, wo sie halten sollen, wenn der vor ihnen liegende Gleisabschnitt bereits besetzt oder reserviert ist. Doch im Moment brauchst du auf dieser Strecke keinen zweiten Zug, denn deine Zuglinie kann jetzt schon viel mehr Vieh transportieren als die bisherige Landstraße. Dadurch kann die Fleischindustrie in Sacramento mehr Fleisch produzieren, wovon auch deine Zuglinie nach San Francisco profitiert. Diese Zugverbindung wollen wir uns jetzt mal genauer ansehen. Öffne einmal den Stadtdialog von Sacramento, indem du das Stadtgebiet von Sacramento anwählst. Du kannst alles anwählen, nur keine besonderen Gebäude. Hier werden wichtige Informationen zur Stadt angezeigt. Ganz oben werden die Einwohner der Stadt angezeigt. Darunter steht, wie viele Waggons mit Waren die Einwohner und die Industrien in der Stadt verbrauchen könnten und wie gut dieser Bedarf aktuell gedeckt ist. Außerdem wird angezeigt, wie hoch derzeit die Zugnutzung bei Fracht, Passagieren und Post ist. Darunter wird angezeigt, wie viele Passagiere und wie viel Post derzeit auf einen Transport warten und wie viel pro Woche dazukommt. Dabei ist wichtig zu wissen, diese Expressgüter warten nicht ewig. Beispielsweise werden Reisende nach einigen Tagen Wartezeit nach und nach ihre Reise aufgeben oder sich nach einem anderen Transportweg umsehen. Für Post gilt das Gleiche. Wenn du also möglichst viele Expressgüter nach San Francisco transportieren möchtest, so sollte alle fünf bis zehn Tage ein Zug in Sacramento abfahren. Deine bisherige Zuglinie hat aber nur einen Zug und erreicht Sacramento nur alle 15 bis 20 Tage. Du musst also einen weiteren Zug einsetzen. Doch auch diese Strecke bietet keine Ausweichmöglichkeiten für mehrere Züge. Das sollst du nun ändern, diesmal aber mit einer anderen Methode als vorhin. Öffne dazu den Gleisbaumodus und errichte eine Strecke von Gleis 2 in Sacramento bis Gleis 2 in San Francisco. Du wirst sehen, dass dieses Gleis automatisch als Parallelgleis geplant wird und daher sehr günstig ist. Zwei parallele Gleise helfen aber noch nicht. Wir müssen sie noch miteinander verbinden. Hierfür gibt es eine sehr praktische Methode. Der Weichenkopf. Mit ihm kannst du parallele Gleise vor Bahnhöfen miteinander verbinden. Wähle den Weichenkopf an und errichte einen Weichenkopf vor Sacramento und San Francisco. Bestens. Nun lege für die beiden Parallelgleise unterschiedliche Richtungen fest, damit die Züge sich ausweichen können. Wähle wieder den Modus Gleisrichtung an und lege für die beiden Gleise unterschiedliche Richtungen fest, indem du die Gleisabschnitte anwählst. Ausgezeichnet. Durch das Setzen von Fahrtrichtungen wurden auch hier wieder alle Signale automatisch erstellt. Jetzt ist deine Strecke auch bereit für weitere Züge. Schließe den Gleisbaumodus und wähle die Zuglinie von Sacramento nach San Francisco an. Das kannst du auf verschiedene Weise machen. Zum einen kannst du einfach den Zug anwählen, der zwischen den beiden Städten unterwegs ist. Mach das mal. Du kannst alle deine Zuglinien auch einfach durchschalten. Versuche das auch mal. Und es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Wähle einmal ein Gleis zwischen San Francisco und Sacramento an. Dann öffnet sich nämlich links eine Liste aller Zuglinien, die dieses Gleis verwenden. Über diese Liste kannst du die gewünschte Zuglinie auch einfach anwählen. Nun wähle Bearbeiten der Zuglinie aus und erhöhe die Anzahl der Züge auf zwei. Die Kosten, die dabei entstehen, sind für die Lokomotive, die neu gekauft werden muss. Die Waggons kosten dich glücklicherweise nichts. Bestätige die Kosten, damit der zweite Zug angeschafft werden kann und schließe dann den Modus. Perfekt! Schau dir doch mal genau den Bahnhof und den Weichenkopf in Sacramento an. Der neue Zug kann sofort entstehen, denn dank des Weichenkopfes stehen der Zuglinie beide Gleise zur Verfügung. Der Weichenkopf ist nämlich mehr als nur eine Kreuzweiche. Während ein Zug bei einer Kreuzweiche immer den kürzesten Weg wählt, werden am Weichenkopf freie Gleise am Bahnhof bevorzugt. Du kannst Weichenköpfe an allen parallelen Gleisen vor einem Bahnhof platzieren, wenn genügend Platz zur Verfügung steht. Denn je mehr Gleise verbunden werden sollen, desto länger ist der Weichenkopf. Da ein Weichenkopf immer nur von einem Zug befahren werden kann, würde ich dir nicht empfehlen, mehr als vier parallele Gleise zu verbinden. Warten wir nun auf den Zug. Schon ist der neue Zug unterwegs. Hier oben wird übrigens die Zugnummer des Zuges angezeigt, den du aktuell betrachtest. Schalte die Züge deiner Zuglinie einmal durch. Das ist praktisch, wenn du beispielsweise sehen willst, was die einzelnen Züge geladen haben. Und damit endet die Selektion. Du weißt nun, wie du Weichen, Ausweichgleise, Parallelgleise, Gleisrichtungen und Weichenköpfe erstellen kannst. Damit kannst du bereits jedes noch so komplexe Gleissystem erstellen. Weitere Objekte wie Kreuzungen wirst du beim Bau von Gleisen selbst herausfinden. Willkommen zu meiner Lektion über die Wartung von Lokomotiven. Zunächst musst du wissen, dass alle Lokomotiven je nach Typ unterschiedliche Wartungsintervalle und Verbrauchswerte haben. Wähle mal die Zuglinie zwischen Sacramento und San Francisco aus. Hier kannst du sehen, welchen Zustand die Lokomotive hat. Je niedriger der Zustand ist, desto häufiger hat der Zug eine Panne und bleibt unterwegs stehen. Lokomotiven werden automatisch an Bahnhöfen repariert, wenn diese über ein Wartungsdepot verfügen. Wähle dazu mal den Bahnhof in Sacramento an. Hier kannst du Erweiterung bauen auswählen. Mach das mal und schau dir an, was es alles gibt. Dann errichte das Wartungsdepot. Sehr gut! Wann immer der Zustandsbalken einer Lokomotive auf etwa 60 Prozent gesunken ist, wird sie hier auf Vordermann gebracht. Und da der Bahnhof in Sacramento von deinen beiden Zuglinien verwendet wird, kommt das Wartungsdepot auch beiden Zuglinien zugute. Nun schließe den Bahnhof wieder und wähle noch einmal eine Zuglinie aus. Diese drei Balken zeigen die Füllstände von Wasser, Sand und Öl an. Fehlt ein Betriebsstoff, so wird die Lokomotive deutlich langsamer. Wasser wird immer pro Tag benötigt. Sand wird beim Bergauffahren benötigt, um die Reibung der Räder zu erhöhen. Öl wird zum Schmieren der beweglichen Teile benötigt und hängt vom gefahrenen Weg ab. Alle Betriebsstoffe kann eine Lokomotive an Versorgungstürmen aufnehmen, die entlang der Strecken errichtet werden müssen. Öffne dazu mal das Gebäudebaumenü und wähle den Versorgungsturm an. Nun errichte jeweils einen Versorgungsturm in der Nähe der markierten Positionen. Sehr gut! Beide Zuglinien können nun einen Versorgungsturm erreichen. Du kannst sie an beliebigen Positionen entlang deiner Strecken errichten. Doch sie sollten weit genug von Weichen und Bahnhöfen entfernt sein, damit ein langer Zug an ihnen halten kann, ohne Konflikte zu erzeugen. Es gibt noch ein Gebäude, das mit Wartung zu tun hat. Der Wartungsposten. Wähle das Gebäude einmal an. Anders als das Wartungsdepot oder der Versorgungsturm ist der Wartungsposten aber kein notwendiges Gebäude. Es eignet sich aber dann, wenn sehr viele Züge auf engem Raum zusammenkommen, denn der Wartungsposten kann pannen und damit lange Staus und Konflikte erheblich reduzieren. Allerdings entstehen dadurch auch tägliche Kosten. Damit wären wir schon am Ende dieser Lektion angekommen. Schau dich ruhig noch etwas um, dann endet dieses Tutorial. Hallo! In dieser Lektion geht es um das Optimieren von Zuglinien, also wie du die Einnahmen einer Zuglinie entsprechend ihrer Aufgaben optimieren kannst. Wähle dazu einmal einen Zug der Zuglinie von Sacramento nach San Francisco aus. Da diese Zuglinie zwischen zwei Städten operiert, transportiert sie Passagiere und Post. Diese beiden Güter zählen zu den Expressgütern, denn sie erfordern einen schnellen Transport. Folglich sind die Transporteinnahmen umso höher, je schneller der Transport erfolgt ist. Je schneller du beispielsweise einen Passagier transportierst, desto höher sind die Ticketeinnahmen. Nun öffne einmal die Bilanzen der Zuglinie. Hier siehst du neben anderen Informationen, welche Einnahmen der ausgewählte Zug auf seiner letzten vollständigen Tour hatte. Wie du siehst, spielen auch die Einnahmen für Frachttransporte eine Rolle, denn in Sacramento wird Fleisch produziert. In San Francisco gibt es Tuch. Für den Transport von Fracht werden Festpreise bezahlt. Geschwindigkeit spielt hier also keine Rolle. Nun betrachtet die Kosten. Wartung und Treibstoff werden vor allem durch die Länge einer Tour beeinflusst. Doch das Personal erzeugt tägliche Kosten. Schnelligkeit ist also auch gut. Außerdem kann eine Zuglinie auch mehr transportieren, wenn sie schneller ist. Nun ist es aber so, dass Fracht viel, viel schwerer ist als Expressgut und eine Lokomotive kann nicht gleichzeitig schnell und stark sein. Es gibt daher verschiedene Lokomotiven. Auf dieser Zuglinie wird beispielsweise eine Lokomotive für gemischte Nutzung eingesetzt. Das ist immer dann gut, wenn die Ladung höchstens zur Hälfte aus Fracht besteht. Bei einem höheren Frachtanteil wäre eine Frachtlokomotive besser, denn der Zug wird sonst selbst bei leichten Steigungen sehr langsam. Wir wollen nun einmal testhalber zwischen den beiden Städten eine Lokomotive für Fracht und eine für Expressgüter einsetzen. Öffne dazu mal das Diagramm für Forschung und Entwicklung. Hier siehst du viele Technologien, die du im Laufe der Jahre freischalten kannst. Sie verbessern unzählige Aspekte deines Unternehmens. Darunter zählen höhere Ticketpreise, zufriedenere Passagiere und eben modernere Lokomotiven. Deine aktuelle Lokomotive ist die Dunham. Bewege mal den Fokus auf sie und wirf einen Blick auf ihre Daten. Vergleiche einmal Geschwindigkeit, Leistung und Eignung der Dunham mit den beiden Loks rechts von der Dunham, der Durant und der Firefly. Du siehst, dass die schnelle Firefly eine viel geringere Zugleistung hat als die kraftvolle Durant. Das bedeutet, dass die Firefly schwere Lasten viel schlechter ziehen kann, bei leichten Lasten aber deutlich schneller ist. Nun schalte einmal diese beiden Lokomotiven frei, damit du sie in deiner Zuglinie einsetzen kannst. Sehr gut. Nun verlasse diesen Dialog wieder. Optimiere die Zuglinie nun für Expressgüter. Tausche dazu die Lokomotive gegen die Firefly aus und wähle als Beladung Express. Dann bezahle die Kosten für die neuen Lokomotiven und verlasse die Bearbeitung wieder. Beobachte nun deine Zuglinie und verwende auch den Schnellvorlauf, wenn du möchtest. Sie nimmt nur noch Expressgüter auf und erreicht eine deutlich höhere Geschwindigkeit als vorher. Nach einer Weile wird sogar das Express-Symbol eingeblendet. Dies bedeutet, deine Zuglinie ist die schnellste ihrer Zeit und erhält nochmals höhere Ticket-Einnahmen. Du musst natürlich keine Expresslinie anbieten. Alles funktioniert auch mit langsameren und gemischten Transporten. Aber mal angenommen, du hast gute Gründe für diese Optimierung. Dann fehlt natürlich der Transport von Fracht. Auf den gleichen Gleisen kannst du die Fracht nicht transportieren. Das würde den Expresszug ausbremsen. Daher sollst du die Gleise von Sacramento nach San Francisco nun erweitern. Erweitere dazu die beiden parallelen Gleise von Sacramento nach San Francisco um zwei weitere Gleise. Dann errichte an jedem Bahnhof einen Gleiskopf, der jeweils alle vier Gleise miteinander verbindet. Du kannst den neuen Gleiskopf einfach über den bisherigen bauen. Achte aber darauf, dass der Vierer-Gleiskopf viel länger ist. Vergiss die Fahrtrichtungen für die neuen Gleise nicht. Weist die Fahrtrichtungen für die Fahrten ausbauen. Anhaltenten F-Klose Wenn ihr euch anderes verbrechen könnt, dann geht's mit der Fahrten nach San Francisco um zwei Uhr. Gleise Radheinein werden. Nöaktenten F-Klose Gleise Gleise Exzellent! Nun erstelle eine neue Zuglinie von Sacramento nach San Francisco. Damit diese die neuen Gleise verwendet, musst du Wegpunkte setzen. Wähle dazu nacheinander die folgenden vier Objekte an. Sacramento, das Gleis für den Hinweg, San Francisco, das Gleis für den Rückweg. Sehr gut! Nun verwende als Lokomotive die Durant und stelle einen Zug ein. Wähle Fracht als Beladung, denn diese Zuglinie soll nur Fracht transportieren. Genau so wird das gemacht. Normalerweise nehmen Züge immer den kürzesten Weg, doch mittels Wegpunkten kannst du bestimmte Wege vorgeben. Das solltest du auch noch für deine Expresslinie nachholen, damit sich die beiden Linien nicht im Weg stehen. Ansonsten sind wir auch mit dieser Lektion durch. Wenn du also soweit bist, kannst du sie beenden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017